Und damit habe ich jetzt versehentlich die Mission ausgelöst. Aber wir haben hier ja ein schnelles Auto und wir müssen auch nicht wirklich viel machen. Wir müssen nur ein paar Schaufenster zerlegen. Das ist ja nicht weiter schwer. Ich weiß nicht, ich glaube die Bullen werden uns Probleme machen, deswegen müssen wir ein bisschen gucken. Schusssichere Weste kann ich vielleicht noch schnell mitgehen lassen. Sicher fühlen würde ich mich und von der Zeit her müsste es auch klappen. Oh, hier steht immer noch mein defektes Auto rum. Jetzt frem das natürlich. Was war das für die Musik? Ja, keine, genau. Du warst gefragt. Marcel. Hm, was? Ich schaue nicht zu. Ja, ja, macht nichts. Das war ein Tiana-Chow. Oh, wie ja. Ach so, ah, so. So, jetzt verklagt mich bestimmt die Gamer wegen Copyright. Du-lü-dü-dü-lü. Was gar nicht geht. Ach, schwer. Weil es ja keine Musik ist, sondern was ich eigentlich mit dem Mund macht, kann mir niemand Copyrighten hier. Ja, weil du es ja gemacht hast. Na ja. Mein Mund. Die Melodie, wenn die Melodie Copyright geschützt ist, dann darfst du das auch nicht. Ja, eigentlich. Ja, genau. Noch zwei Stunden können wir spielen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich verhindern. Bist du tot? Nee, ich hab bloß die blöde Sirene ausgelöst. Jetzt sind die Bullen da hinter mir her. Jetzt wäre die blöde Mission ganz leicht gewesen jetzt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass die blöden Bullen mir nicht auf den Zeiger gehen. Bloß weil ich jetzt seit einem Millimeter in diesen komischen Laden reingegangen bin. So, nicht die Bullen abschießen. Das macht es nämlich bloß noch schlimmer. Dann kriege ich nur noch mehr Sterne und bis jetzt haben die mir noch gar keinen Schaden gemacht. Wenn ich jetzt weiter fleißig auf die Tube drücke, dann könnte das sogar was werden. Ja, Tommy, du bist wieder außer Atem, ich weiß. Aber tu mir doch wenigstens den Gefallen und lauf ein bisschen. Ja, ihr blöden Bullen, Alter, seid ihr krank oder so? Alter, die haben schon die Hüfte von meiner Schusssächerin weggeballert. Toll. Jetzt lauf doch, Tommy. Das nervt. Was sind denn jetzt diese blöden Schaufenster, wo ich noch kaputt machen soll? Komm, jetzt muss ich hier springen auch noch rein. Jetzt haupt du blöder Bullen, Alter, das dumm. Oh, er läuft einfach nicht. Er läuft nicht. Noch eine Minute. Ja, jetzt haben wir drei Sterne. Ich frage mich, warum ich hier Sterne bekomme. Bloß, weil ich hier ein bisschen Schaufenster kaputt mache. Ja, oh Mann. Das war jetzt so dumm, was ich gemacht habe. Ey, was kann ich denn hier machen? Ach, ich kann mir hier Essen kaufen oder wie? Habe ich wieder volles Leben? Das ist natürlich praktisch. Ja, wie jetzt? Ich muss hoch. Was ist das denn für eine sinnlose Scheiße hier? Irgendwie... Äh, verstehe ich hier gerade gar nichts. Und Tommy läuft nicht. Also wir können die Mission nicht gewinnen. Es geht nicht. Nur weil Tommy... Ich will immer Tommy sagen. Weil Tommy hier nicht läuft. Wie viele Schüsse hält dieses Glas denn aus? Ja, nur noch 70 Stunden. Ey, Mann. Das ist so ein Scheiß. Jetzt muss ich versehen nicht die Mission ausgelöst haben. Ja, Mission fehlgeschlagen. Weißt du was? Du mich jetzt auch. Jetzt lauf. Ey, ihr stirbt hier. Echt, das kann nicht sein. So, kein Auto da natürlich. Es ist immer dasselbe. So kann ich da nicht drüber springen. Manchmal nervt Weiß-Ted ihr einfach. Das ist jetzt bald. Oh, der stirbt hier. Der stirbt hier wirklich. Passt du es bald mal auf jetzt? Nee. Ah, Mann. Mission fehlgeschlagen. Aber wenigstens nicht gestorben. Ist ja egal. Ich wollte sowieso... Will ich machen die Mission jetzt. Ich will jetzt einfach nur noch speichern und dann die Aufnahme beenden. Das war heute so eine richtige Fail-Aufnahme. Dann muss man beim nächsten Mal besser werden. Da schäme ich mich jetzt richtig dafür. Ja, da liegt jetzt natürlich keine schusssichere Rüstung. Es ist auch so sinnlos. Aber ich glaube, die liegt bei dir aus dem Teller. Haut ab, ihr blöden Bullen. Haut ab. Oder ich mache euch fertig. Ach ja, die Bullen, ne, wenn wir die nicht hätten, ne, die Bulle-Mie. Hey, Bulle-Mie. Ich muss das Lied einspielen. Das ist Bulle-Mie. Das musst du mir dann geben, dann machen wir das. Bulle-Mie, Bulle-Mie. Ich werde bekloppt, bekloppt. Ne, das ist ein anderes. Was ist das nicht? Das sind zwei verschiedene Lieder. Aber komm, in fast der gleichen Sache. Die folgen habe ich nicht gesehen. Ich habe die danach nochmal geguckt. So, wir können auch hier das Auto jetzt einstellen, das werde ich machen. So, jetzt kann ich... Das ist nämlich die Wundergarage. Ich stelle ein kaputtes Auto rein, mache die Garage auf und ein ganzes Auto steht wieder drin. Das ist die Wundergarage. Kann deine Garage das auch? Ja. Also du stellst ein kaputtes Auto rein und dann ist ein neues drin. Ja, natürlich. Das ist gut. Das ist immer so. Jawohl, hier liegt Herz und Energie. Wir nehmen die Schrot mit und die Kruger auch. Oder was das für immer eine ist. Ach ja, das ist die, wo diese Armeetypen haben, die hier. Genau, das Kruger war die andere. So, und wir speichern jetzt. Die Mission machen wir beim... Nein, nein, nein. Ich laufe wieder in den Missionspunkt rein. Nein. Das Spiel will nicht, dass ich aufhöre. Das Spiel will es einfach nicht. Dann machst du einfach nicht. Ja, muss ich, sonst kann ich nichts speichern. Ich kann die Mission auch nicht einfach abbrechen, ohne jetzt fünf Minuten warten zu müssen. Dieser Missionspunkt ist auch einfach so dumm gesetzt. Warum... Ach, ich verstehe es nicht. Warum dieser Missionspunkt einfach so dumm direkt da mitten vor der Tür liegt. Da will man durchgehen und... Ich vergesse es wieder, dass dieser scheiß Missionspunkt da ist. Aber diesmal schaffen wir das auch. Ich frage mich, warum ich jetzt zwei Sterne habe. Ich habe zwei Sterne einfach so. Aber da haben wir einmal Schutzgeldbestechung. Jetzt haben wir nur noch einen Stern und der vergeht hoffentlich jetzt gleich. Und diesmal darf ich einfach nur nicht in diesen Laden reingehen, weil der Fehler war einfach, ich bin mit einer Waffe in den Laden rein und dann geht da diese Sirene los, dieser Alarm, dass ich den Laden überfallen will. Und ja, dann haben sich da eben zwei Sterne ausgelöst. Aber diesmal mache ich den Fehler nicht. Willst du mich verarschen? Egal, dann beeile ich mich eben diesmal ein bisschen. Da rennt einer gerade voll gegen die Glasscheibe. Mein wundervolle Stor! Mein wundervolle Stor! So, wir müssen da rüber. Jetzt lauf, Tommy, lauf. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nur noch drei Minuten. Ne, zwei Minuten, fünf Minuten, drei und fünfzig. Uiuiui. So. Wo ist denn jetzt noch einer? Mein wundervolle Stor! Mein wundervolle Stor! Oh, oh, oh. Jetzt haben wir wieder drei Sterne. Ja, ich kriege immer mehr Sterne. Lol, lol, lol. Die Mission war doch nicht so schwer, das können wir mir doch nicht erzählen. Ich habe noch nicht mal einen Bullen abschossen oder so. Aber jetzt habe ich mal einen Bullen abschossen. Jetzt habe ich vier Sterne, bloß wegen dem Ding. Das war noch nie so. Ne, das kannst du vergessen. Oh Mann, jetzt stirbt Tommy wieder. Ey, nee. Also, ich sterbe nicht, aber der Typ will einfach nicht mehr rennen. Du kannst jetzt bestimmten Gegenden, äh, auf der Karte Objekte kaufen, aha. Ich dachte, ich muss jetzt noch zurückfahren. Hä? Ey, wie bin ich jetzt gerade verwirrt? Bin ich jetzt gestorben? Nee, kann gar nicht sein. Mission erfüllt, doch, tatsächlich. Ich habe gedacht, ich muss jetzt noch zurückfahren. Hm. Hm, habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ja, wenigstens steht das Auto da. Wir haben null Sterne. Wir haben die Mission geschafft. Aber dieses Mal mache ich jetzt auch wirklich Schluss und fahre nicht wieder, äh, läufe nicht wieder in diese bescheuerte, äh, in diesen bescheuerten Missionspunkt rein, falls der da noch ist. Mann, 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 so, in eineinhalb Stunden, ja, das sind wieder gute, fünf, sechs Folgen. Hm. Ja, ich bin ja auch weg, bin ich. Na? Jo. Wie steht's bei dir? Ja, ich mach mir gerade die neuen Sachen von Minecraft an. Achso. Ja, ich sehe gerade, da gibt's ein untotes Pferd. Dann tippst du wenigstens von dem. Wollten sie jetzt Skelett-Pferde im Winnebent? Und Skelett-Pferd auch, ja. Sinnlos. Also neue gegnerische Mobs, oder was? Ja. Von Nose Creatures. Ja. Das ist nicht dumm. Die beiden, ja. Ob nur das Pferd, äh, ja, das untote Pferd und das, äh, Skelett-Pferd. Aber das untote Pferd ist eigentlich fast genau so was wie dieses Slime-Pferd da. Das ist aber das. So, was für einen Wagen haben wir denn da? Moment, den Stinger, den park ich auch mal kurz ein. So, jetzt ging gerade das Handy. Das ist mir jetzt aber gerade egal, ob das Handy ging oder nicht. Ich geh jetzt hier rein. Da oben ist jetzt der Missionspunkt. Nee. Zum Glück. So. Scheiß drauf. Zack. Alle Mann an Deck überschreiben. Ähm, jawohl. Äh, Handy. Tommy-San, habe ich eine Überraschung für dich? Ich bin da in den Studios mit einigen großen Artikeln. Warum nicht du eine Besitzung? Du weißt, es macht Sinn, nicht wahr? See you later. Ja, genau. Wir sollen uns jetzt mit dem, mit dem Ken Paul treffen. Jetzt muss ich nochmal überschreiben. So. Und nochmal Sicherheitsspielstand. Alle Mann an Deck überschreiben. Okay. So. Und dann würde ich sagen, das war's für die Aufnahme heute. Bis zum nächsten Mal. The Cake of the Gamer. Und... Stargames. Und nächstes Mal bestimmt wieder mit PK. Ja. So. Also dann, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt kommt noch ein Telefonanruf. Ich glaube, ich spinn. Hahaha. Das ist nicht so. Alter, ich war wahnsinnig. Das stinkte Spiel will nicht, dass ich aufhöre. Das ist so dumm. An diese dummen kleinen Telefonanrufe erinnere ich mich gar nicht. So, ich speichere jetzt hier noch ein letztes Mal ab. Ich überschreibe jetzt noch ein letztes Mal die Spielstände und jetzt mach ich sofort aus und egal, was passiert, jetzt kommt schon wieder ein Telefonanruf. Nein. So, jetzt aber. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja eine Katastropheaufnahme jetzt gewesen. Es gibt... Jetzt klingelt wirklich das Handy. Ich... Ich hasse da was. Was ist das? Was ist das? Äh, jetzt komm, Handy. Oh, ist gut. Die wollen, dass du da jetzt hinfährst. Oh, nein. Irgendwohin. Ja? Ich nicht gewohlen, wie die wollen, dass... Du hast mir nicht viel Unterstützung gegeben. Du sollst aber... Oh, mein Fehler, ist es? Well, ich habe gehört, dass du bist allgemein. Du bist allgemein, zu töten, zu töten, zu töten, zu töten, zu töten und zu töten. Du bist allgemein, Tommy. Weil ich kann dir sagen, ich habe dich vergessen. Du bist allgemein. Drei Telefonanrufe in Folge. So, Leute. Jetzt aber endgültig Feierabend. Egal, was jetzt passiert. Jetzt ist endlich Schluss. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Das ist mir noch nie passiert. Ey, das... Ja, tschau. Das gibt's nicht. Das ist... Nee, das ist unfassbar.